Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rage. So, dann wollen wir uns mal diese Forschungsdaten besorgen. Genug Munition haben wir eigentlich noch für alle Waffen. Hoffentlich, ich hab jetzt nämlich nicht mehr geguckt. Oh man. Oh, hier lang. So. Wee! Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's ge... Was ist hier? Was ist hier los? Ist hier special? Oh, hier gibt's ja gar nichts. Ach doch, hier ist hier so ein... Oder irgendwas... Was? Was ist das denn da? Liegt doch was. Hör dich den Knöpfe. Was ist das denn? Was ist das? Wüstenspor? Doch. Ist egal, nehmen wir mit oder was? Keine Ahnung, was das ist, aber... Kann man bestimmt gewinnbringend verkaufen. Wee! So, perfekt eingeparkt. Weiter geht's. Ich hab ja echt gehofft, wir müssen da nie wieder rein. In diese widerliche Stadt. So, der Eingeturm dürfte ja da vorne wieder stehen und auf uns schießen. Da. Bam! Der war neu, oder? Neee... Neee... Oh-oh... 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 Ja, hier vorne ein bisschen leer. Das war ja hier so eklig... ...durch, ne? Man, geh mir doch nicht auf die Eier, du Kasperrkorb. Wo bist du? Ist das noch einer, oder was? Boah, jetzt geht das hier die ganze Zeit so, oder was? Da ist er da. Ja! So. Ist gut, ist gut, ist gut. Hier im Matrix, ich weiß. Und hier sind wir ja nicht durchgekommen. Ob die klaut uns keiner die Karre. Kommen wir raus, dann steht die nur noch... ...steht die nur noch auf Ziegelsteinen irgendwie. Diese widerliche Stadt. Home sweet home, würde ich sagen. Ja. Zentrum der Totenstadt. Dead City Central. Finde das Forschungszentrum der Regierung. Gut, jetzt sehen wir auf jeden Fall nochmal... ...ja, einen anderen Teil der Stadt hoffentlich. Ach, guck mal, die Regierungstropen sind hier. Äh? Sind da gerade Waffen? Schießen die hier? Haben die Action gerade? Da ist gerade eine Waffe runtergefallen, ne? Scheint so, als haben die selber auch Probleme hier mit den Mutanten. Oh, guck mal hier, für uns wurde auch schon gesorgt. Was hat denn, haben wir eben? Ich bin gleich darauf geachtet gerade. Oh, 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 oh. Ich glaube, das dürfte hier wirklich sehr interessant werden jetzt. Regierung versus... Mutants hier. Hier waren wir noch nicht, ne? Das ist... Das ist neu. Das ist ein neuer Weg auf jeden Fall. Schön. Oh Gott, das will ein Halleluja. Waaah. Waaah. Das komische Schleimzeugs hier, das... Sind wir jetzt schon in diesem Server-Scheißraum hier? Ich weiß es nicht. Heee. Das sieht auch so sehr nach Falle aus. Komm, bestimmt gleich, wir sind alle Mutanten von hinten angelaufen. Oh manama, oh manama, oh manama, oh manama. Ist das... Ist das nicht dieses Krankenhaus? Oh Gott. Also irgendwas überwächst hier die Stadt, glaube ich. Oh ja. Schleimt mich ein. Oh ja. Hm. Ich bin was ganz Besonderes. So, hier kann ich nichts mitnehmen. Ja, ist doch das Krankenhaus. Ach, es kommt den anderen Weg ins Krankenhaus. Muuuuh, lecker, 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 lecker. Ach, guck mal, da ist Action. Oh, 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 das sind... Äh, das sind viele Regierungstruppen. Sind die jetzt alle hier unten irgendwo? Oh, das ist bestimmt. Scheibengleise. Hier komme ich gar nicht weiter, oder? Doch, guck mal hier. Ich habe so... Ich habe Angst, dass ich mich hier festbacke. Ich sollte... Ich sollte den regulären Weg laufen. Oh Gott. Ich weiß nicht, inwiefern uns das Ding verraten kann. Ich habe... Keine Ahnung. Ich komme ja auch nicht weiter, ne? Aber so muss ich wieder... Sie kommen. Aber so muss ich wieder sagen, das Krankenhaus an sich so von der Form, von der Architektur, finde ich doch sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Werft aus von Philippen. Untersuche mögliche Störung. Oh. Oh, die kommen hoch. Gott, die kommen hier auch. Oder? Von da können sie nicht kommen. Die können hier nur diese Treppe hochkommen. Die hängen jetzt hier irgendwo rum. Die können, theoretisch können die nur... ...von hier hochkommen. Das heißt, wir können jetzt... Untersucherstörung. Komm hoch. Komm hoch. Ist das ein Idiot. Hast du das gesehen? Halt an! Ist das ein Idiot. So, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Ich habe mich auch versteckt. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Action hier. Oh Gott, Bussi, Bussi. Oh Gott. Mit deiner verfluchten Granate. Oh. Pass auf. Wir sind ja hier Männer, die was machen. Ich kann mal damit probieren. Scheiße. Guck mal. Guck mal. So machen wir das. Wo ist der andere, Kasper? Wo bist du? Wir müssen doch noch mehr sein. Da. Na komm. Na komm. Wo bist du? Oh, was ist denn hier los? Verflucht. Das sind ja überall welche. So. Zwei wenige. Was? Jagd ihn hoch? Nein. Da. Ich hab dich... Oh, oh. Ich hab dich doch gesehen. Ihr habt nicht unendlich Granaten, meine Freunde. Ist der kaputt? So. Da kommt schon wieder eine Granate geflogen. Aber wir können auch von hier agieren. Aber von hier sehe ich keinen. Das ist scheiße. Ich komm nicht hoch hier, ne? Irgendwie... Kommen die nicht hoch. Da ist noch eine. So. Der ist auch weg. Ich wollte gerade sagen, ist da noch einer? Ne. Der ist tot. Wo denn? Wo bist du denn? Woher are you? Woher are you? Ist du hier unten irgendwo? Ne. Hallo. Sprech doch mal deutlich. Ich hör dich nicht. Speich ja lieber nochmal ab. Tja, ich hab keine Ahnung. Ich will... Irgendwie will ich aber auch nicht runtergehen. Das erscheint mir noch nicht sicher. Aber ich kann erstmal ein bisschen Munition gewirr... Abschnorren. Wo ist der denn? Da, guck. Da ist er. So, pass auf. Jetzt. Wo bin ich denn jetzt hier? So, da. 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 Das ist ja noch einer. War er das? Das war er, ne? So, wir gehen erstmal deine Kameraden alle filzen. Die kopflose Bande hier. Irgendwas lags da noch. Was, was ist das hier? Ach da. Ja, ich glaub, das... Das war's. Mehr ist hier nicht zu finden. Komm, was ist denn das für Geräusch? Hört ihr das? Boah. Das wird, denke ich mal, noch richtig interessant jetzt hier. Ich glaube, das ist nicht der einzig große Freak gewesen in dieser Stadt hier. Fuck, 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 fuck. Ich hör nur noch einen. So ein Schwachkopf ist hier bestimmt auch noch. Da vorne? Nee. Nee, nee, nee. So. Wo sind die Leichen? Ich will euch looten. Wo seid ihr? Oh, diese Fliegengeräusche hier überall. Bah. Das muss hier echt interessant riechen, glaube ich auch. Okay, das ist noch ein bisschen Zeug für mich. Das sieht so mega geil aus, weil hier die ganzen... Gut, ich weiß zwar nicht, was das ist. Das könnten die Eier sein von irgendwem. Aber wir gehen erst mal einfach weiter und ignorieren das. So was zum Aufsammeln nehmen. Ich muss ja jetzt irgendwo dieser... Ja, das sieht so nach... Das sieht wirklich so nach IT aus hier, ne? Wir sind, glaube ich, in der Nähe vom Serverraum. Sieht bei mir übrigens genauso aus. Ne, das ist ja so die alte Pizza, die sie selbstständig gemacht hat. Irgendwann im Laufe der Zeit. Das ist eindeutig IT hier. Oh, oh. Hm. Stimmt doch. Oh, oh, da kommt noch einer. Nein. Nein. Nein, nein. Was? Hurra, hurra. Hat der Hurra geschrien? Idiot, ne? So, hier kommt man... Warum ist der so unglaublich hell hier, dieser Raum? Ich weiß es nicht. Damit wir hier Beleuchtung haben. Wahrscheinlich. Oh. Juckt mir der Bart. Bringt Glück. Oh, oh. Wo denn? Hier irgendwo? Wo bist du? Wo denn? Verflucht der Freak, wo bist du? Oh, ich hasse... Diese Geräusche hasse ich. Was ist das denn für eine? Der kann aber so lange hier noch nicht liegen, oder? Oh. Okay, der sollte uns zeigen, dass hier irgendwo... Da ist ein Schnibber. Da ist auf jeden Fall ein Schnibber. Und der Schnibber möchte so ein bisschen Spaß mit uns haben, glaube ich. Dann werden wir ihm den Spaß jetzt gönnen. Kann ich, schaffe ich es jetzt? Whee! Ich muss bloß irgendwie checken... Wo der genau sitzt. Alter. Ja. Oh, 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 oh. Okay. Die Granate konnte er noch schmeißen. Da ist er. Na komm. Ich sollte, glaube ich, wieder was... Alter, jetzt wird es echt interessant hier, glaube ich. Ich sollte wieder was Schnelleres reinnehmen. Aber wenn jetzt hier überall Schnibber stehen, dann... Ist das gar nicht so ges... Was ist das denn? Sieht auch komisch aus. Ach, hier, guck mal. Das ist mein Kollege hier. Hallo. Das ist der dicke Freak. Das ist eigentlich so ein Pixelbrei hier irgendwie. Komisch sah das aus. Stimmt. Hier haben wir ja ein bisschen Spaß gehabt. Das ist der dicke. Mein Gott, ist das ein Monster. Ich bin ein bisschen groß gewachsen. Der hat zu viele Fruchtzwerge gekostet. Kann ja passieren, ne? Wenn man so eine Überdosis Fruchtzwerge ist, dann kann das durchaus passieren. Dass man so groß wird und komisch aussieht, irgendwann. Was war das? Warum ist hier irgendwie... Ist da gerade ein Glas kaputt gegangen? Ich hätte den Schnibber mal nicht erschießen sollen, ne? Ich glaube, der tut uns eigentlich einen Gefallen da oben. Mit dem ja diese ganzen... Wer schießt da? Warum schießt du auf mich? Weil der holt ja diese ganzen Freaks da weg, ne? Na komm. Komm. Ist eh gleich vorbei. Genau. So, hier unten war auch noch einer. Was die mal alle Verhechtsprünge drauf haben, ne? Das ist Wahnsinn. Bist du da? Nein. Was war das? Ist das noch eine Ionen-Granate oder sowas? Was ist das hier, der Hinterhof? Sieht doch alles komisch aus hier. Schön ist das ja alles nicht hier. Doch, von diesem Jahr gekommen. Verdammt. Ich dachte, wir sehen jetzt mal einen neuen Abschnitt der Stadt. Ach, guck mal da unten. Da unten müssten wir irgendwie... Kommen wir da runter? Weil da kann ich noch was aufmachen. Sehe ich gerade. Ich glaube, wir können... Wir können jetzt hier runter. Jetzt können wir wieder oben lang gehen oder hier unten lang gehen, ne? Das ist wieder furchtbar. Diese Entscheidungsfreiheit hier. Dieses Open-World-Feeling. Hammer. So. Bauen. Raus. Und aufmachen. So, hat sich das wenigstens irgendwie gelohnt? Natürlich. SG-Munition haben wir sogar voll. Das ist ja sehr geil. So, mehr ist hier auch nicht zu holen. Also das lohnt sich immer, ne? Wenn man so ein Mist hier aufmacht. So, verkaufe ich den Krabbel auch nicht. Gehen wir jetzt hier oben lang? Ich weiß, von hier sind wir gekommen. Aber ich meine den Weg hier. Okay, da geht's gar nicht weiter. Aber wir können den hiesigen Markt von hier aus beobachten. Boah. Äh! Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Sehr schön. Eine wunderschöne Stadt. So, das heißt, wir können nur noch hier lang gehen. Da sehe ich doch schon wieder hier Laserattacke hier. Schnibber on the rooftop. Gut, da komme ich nicht weiter. Wir gehen also den regulären Weg zurück. Boah, was? Okay. Ich glaube, ich lasse den mal so ein bisschen schnibbern da oben. Weil der kümmert sich ja um unsere Freunde. Oder auch nicht. Guck mal. Oh. Ich habe gedacht, der kriegt uns dadurch nicht. Aber die haben ja die, äh, Laser gerade gekreuzt. Ja, wo ist der denn? Ach, da hinten. Okay. Hier vorne müsste... Hä? Ich habe... Ach, da! So. Das war's mit dir, mein Freund. Wenn du nix guter, Snipper sein. Oh man, oh man, oh man. Haben wir die Daten jetzt eigentlich schon? Ne, wir sind doch gar nicht... Das wird das Gebäude hier sein, ne? Dieses Mixon-Gebäude. Ich glaube, da müssen... Da kommen wir jetzt rein. Das sieht so... Das sieht begehbar aus, ne? Irgendwie? Das Mixon ist, glaube ich, hier diese große, hiesige Firma. Weil das sieht alles nicht begehbar aus. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt endlich rein. Und ob wir es schaffen oder nicht, das sehen wir natürlich leider erst in der nächsten Folge. Wenn euch zu viel gefallen hat, lasst einen Daumen oder einen Kommentar da. Das war euer Martin. Tschüss. Tschüss.